Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Noppensteinstube. Ja und heute ist es mal wieder soweit. Ihr seht hier eine Menge Tüten auf dem Boden. Es ist Haulzeit. Ja, ich habe einiges bekommen. Einiges davon habe ich mir selbst gekauft. Einiges davon hat mir Bavia kostenlos zur Verfügung gestellt. Und ja, da sind verdammt coole Sachen bei. Und ich würde sagen, wir starten erstmal mit den Sachen, die nicht ganz so cool sind. Also cool schon, aber halt, ich finde die anderen cooler. Wir starten mit Lego. Und zwar habe ich mir da den Iron Man Mech geholt. Mech, Mech, wie auch immer. Die, ja, sammle ich. Deswegen, das ist der neue. Den musste ich mir holen. Da war ich im Großhandel, habe mir den gegönnt. So sieht die Box von hinten aus. Da haben wir den Iron Man. Ich weiß gar nicht, ob das eine besondere Figur ist. Ob die bisher nur in diesem Set hier ist oder ob es die schon in anderen Sets gab. Vielleicht weiß es ja einer von euch und schreibt es mir in die Kommentare. Auf jeden Fall sieht der Mech auch ziemlich cool aus. Erinnert ein bisschen an den Hulk Buster natürlich. Aber, ja, schönes Teil. Das Ganze gab es da auch noch von Black Panther. Black Panther habe ich auch als Minifigur noch nicht. Auch sehr, sehr cool. Das ist die Rückseite. Auch coole Minifigur. Man hat zwei Köpfe anscheinend. Und ich mag dieses Design von der Packung mit diesem Lila. Das sieht wirklich echt nett aus. Finde ich sehr, sehr gelungen. Das Ganze geht dann weiter in der Richtung. Und zwar habe ich dann mir auch noch das Doppelpack geholt. Spider-Man gegen den Green Goblin. Auch sehr, sehr cool. Besonders den Green Goblin finde ich mega. Habe ich auch noch nicht als Minifigur. Spider-Man habe ich ja schon einige. Aber den Green Goblin habe ich noch nicht. So sieht der Spider-Man von hinten aus. Das Doppelpack. Green Goblin und Spider-Man. Und dann haben wir hier die Kampfanzüge. Da muss ich sagen, gefällt mir auch der vom Green Goblin richtig gut. Ich mag auch hier dieses Artwork von dem Spider-Man sehr gerne. Sehr cooles Set. Bin ich mal gespannt. Und ich muss dir jetzt endlich zuschlagen, das Dark Trooper Pack. Endlich habe ich Luke und einen Dark Trooper. Oder drei Dark Trooper. Das finde ich auch ein wirklich schönes Set aus The Mandalorian. Ich hoffe, ich habe jetzt für niemanden was gespoilert. Mittlerweile sollte es jeder kennen. Und müsste jeder kennen, der Star Wars gut findet. Weil es ist eine epische Folge. Also, ja, schönes Set. Tja, und hier sieht hinten fast genauso aus wie vorne. Hier noch ein, zwei Bilder. Anscheinend hat man da so eine Funktion, dass man so einen Macht-Move machen kann. Und den Roboter dann ranziehen. Diesen Dark Trooper. Roboter. Ja, ist ja irgendwie ein Roboter. Anscheinend sind da ein, zwei kleine Funktionen. So ein Drehteil, wo man halt dann Luke irgendwie aus dem Fahrstuhl kommen lassen kann. Oder was auch immer das da ist. Das war, glaube ich, im Fahrstuhl. Sehr nice. Schöne Set. Ich freue mich drauf. Mal wieder ein bisschen Lego-Stuff. Und, ja, ihr seht jetzt hier nur Tüten. Vielleicht können einige raten, was das da ist mit dem Flügel. Aber ich habe das hier zur Verfügung gestellt bekommen. Das hier zur Verfügung gestellt bekommen. Und das habe ich mir besorgt. Sehr, sehr groß. Da hinten seht ihr einen Teil davon. Ich habe nämlich schon angefangen. Das werden wieder ein paar mehr Videos und auch ein bisschen länger dauern, bis die Videos immer kommen. Dazwischen werden immer andere Videos noch kommen. Wir starten aber mit diesem weißen Beutel hier. Weil das Set ist wirklich ein absoluter Knaller. Ich habe mich mega gefreut, dass Barbier mir das zur Verfügung gestellt hat. Es passt wie die Faust auf Auge in meine Stadt. Und zwar der Doomsday Train. Ist das nicht mega? Ein Zug. Das ist schon ein Knaller. Und nicht nur das. Ein Zug mit Zombies. Besser geht es kaum. Das ist wirklich der Oberkracher. Ich bin sehr, sehr gespannt. Es sind natürlich Minifiguren dabei. Die sind, ja, ich denke mal, sie werden in Richtung unserer bekannten Minifiguren gehen. Aber das gucken wir uns dann genau an. Auf jeden Fall sehr cool von G-Star. Das Set ist auf jeden Fall ein Knaller. Eine Eisenbahn mit Zombies. Das Teil finde ich mega gut. Hier seht ihr die Zombies auch. Leider nur zwei Zombies. Ich hätte ihm echt gewünscht, hier wären irgendwie so acht Zombies dabei. Das wäre für meine Stadt grandios. Das hätte ich mir wahrscheinlich 80 Mal geholt. Aber, jo. Cooles Ding. Und weiter geht's. Das Teil wurde mir, weil das andere Ding wirklich lange gedauert hat, dann nochmal aus dem Europalager zugeschickt, damit ich mal ein Video machen kann. Jetzt kam irgendwie alles fast gleichzeitig an. Und zwar die Diagon Alley Bank. Gringotts. Sehr, sehr cool. Harry Potter. Mal wieder ein Harry Potter Haus. Bin ich auch sehr gespannt. Das sieht richtig gut aus. Ein riesen Schinken an Bauernleitung hier. Und, jo. Das könnte vielleicht ein gutes Set werden. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Das gucken wir uns an. Ich verlinke euch die alle. Wie gesagt, das hier im Europalager verfügbar. Das ist bisher die schnellste Zusendung, die ich je bekommen habe. Ich glaube, das ist am Freitag Mittag raus und war dann Montag bei mir. Das ging ratzifatzi. Oder ging es sogar Samstag? Ich weiß es nicht. Irgendwann, ich glaube Freitag. Freitag irgendwie mittags und dann war es da. So. Jetzt seht ihr hier eine Menge, Menge Tüten. Und da freue ich mich wirklich sehr darauf, das zu bauen. Es ist ein weiterer Sternzerstörer und zwar die Executor. Das Set von, das Set genau, der Sternzerstörer von Darth Vader. Und ja, da seht ihr jetzt sogar noch ein kleiner Sternzerstörer bei. Das wird wieder ein Riesenteil. Ich fühle mich schon bei den ersten Bauschritten. Da hinten seht ihr es. Zurückversetzt in die Zeit, als ich den Monarch gebaut habe. Und das ist auf jeden Fall bestimmt ein cooles Set und wird viel, viel Freude machen. Da sind so viele Teile. Es sind zwei mega fette Anleitungen. Guckt euch das an. A und B. Zwei mega Schinken. Teile ohne Ende. Mold King. Wir werden hier wieder mit Gobrick Stein arbeiten. Die ersten Steine da, das ist schon wieder eine wahre Freude. Die Technikteile passen alle wie eine Eins. Die Steine haben richtig Klemmkraft. Also was man da baut, hat Hand und Fuß. Und man hat nicht das Gefühl, dass einem das gleich alles auseinanderbricht. Wirklich richtig schön. Joa, hier auch G-Star, muss ich gestehen. Mal gucken. Hatte ich glaube ich schon mal gebaut. Bin ich mir jetzt mal auch nicht 100% sicher, wie die Steinequalität da ist. Aber wir werden es gewahr werden, wie das Ganze dann wird. Und bei der Brickbank hier. Brickbank ist eigentlich schon bei der, wie nennt sich das, Gringottsbank. Da bin ich mir gar nicht jetzt sicher, welcher Hersteller das war. Da bin ich gerade wirklich überfragt. Ich denke mal, wenn ihr reingeht, seht ihr das wahrscheinlich bei Bavia. Jetzt ist mir hier die Anleitung fast auseinandergerissen. Und hier haben wir noch eine kleine Zusatzanleitung, sehe ich gerade. Wir gucken einfach mal ganz kurz rein. Da haben wir noch, wie die Figuren zusammengesteckt werden. Da scheinen auch, oh, Minifiguren bei zu sein. Das wusste ich gar nicht, weil die sind auf den Bildern nicht zu sehen. Joa, Minifiguren. Okay, bin gespannt. Auf jeden Fall geht das bald los. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Gerne einen Kommentar, was ihr davon am coolsten findet. Und wo ihr euch freut drauf, das zu sehen auf meinem Kanal. Und lasst gerne ein Abo da. Wer es noch nicht getan hat, würde ich mich auch tierisch freuen. Guckt auch gerne mal auf meinen anderen Kanal, Toystube. Da packe ich immer gerne mal Masters aus und Funko Pops. Also auspacken eigentlich nicht. Also ich zeige die euch verpackt. Ich sammle ja eher original verpackt. Und auch da würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Mal wieder ein bisschen Werbung für meinen Zweitkanal. Kommen nicht ganz so oft Videos. Eigentlich so einmal die Woche. Manchmal auch so nach neun Tagen. Je nachdem, wie ich immer Bock habe. Und auch, wenn ich überhaupt was habe zum zeigen. Joa, damit sind wir durch. Also, die Nordensteinstube sagt Tschüss. Musik 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 .